So, die Schnecke ist wieder da. Oh, es gibt hier noch mehr, was wir mit Strom versorgen sollen. Hä? Achso, oh nein. Das wird ja immer spezifischer hier. Ja, so funktioniert das nicht. So auch nicht. Hm, hm. Tut mir leid für die Leute, die die Lösung schon kennen oder sehen. Ich tu es nicht. Das Ding ist, ich muss hier eigentlich mit dem Blauen starten. Und dann in die Richtung. Boah, nee, doch nicht. Ist eigentlich egal. Ja, okay, so passt es. So. Ich muss die Schwarzen also zusätzlich einsammeln. Okay, so wieder nix. Ha. War Glück. Das war tatsächlich Glück. Ich, das war sehr viel Glück. Ist mir wieder blau, ne? Äh. Ne, okay. Warte. Es muss so starten eigentlich. Muss es auch. Ah, tja. Das funktioniert nicht. Auch nicht. Nö. Boah. Gucken wir mal oben mit blau an. Ne, das macht auch keinen Sinn. Dann kommen wir an die... Außer... Ne, mh, mh. Auch nicht. So spreche ich den Gelben nur ein. Darf ich nicht nach innen... Darf ich den einfach nicht kreuzen lassen. Das ist das Ding. Boah. Die Gelben muss ich mir mitnehmen. Boah. Boah. Nicht nach innen, vielleicht nur die... Aha. Ah. Nein. Geht trotzdem nicht. Einer fehlt. Ich könnte aber unten... Dann... Ja, den muss er mitnehmen. Da muss er eigentlich zum Schluss hin. Deswegen... Muss er einsammeln. So. Oh. Echt. Also... Nicht ohne. Ist nicht ohne. Also... Aha. Was? W-W-W-Was? Aber wer? Was? Das ist doch... Das ist doch nicht möglich. Da muss ich noch mehr Strom führen. Damit das Ding aufgeht, oder nicht? Wie sollen wir sonst... Das geht ja nicht. Äh. Ah, hier. Oh nein. Hmmm. Mhm. Mhm. Mmh. Mhm. ude. Oh. Oh. Okay, Gelb hat schon mal keinen Weg mehr. Gelb muss also vorher, genau so, da habe ich keinen Weg mehr. Und Gelb auch nicht mehr. Boah, das ist jetzt schon schwer, ne geht auch nicht. Muss ich den als erstes nehmen, hilft ja nichts. Dann kommen die wieder aufeinander zu. Außer... Naja, auch nicht. Nö, das funktioniert erst mal nicht. Start dich mal hier. Schon mal blöd. Mit nix. Okay. Ne, da komme ich nicht mit dem Gelb zurück. Nö, 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 nö. Da komme ich auch nicht rum. Boah. Ja, ja, das ist gut. Nö, 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 nö. Die haben wir auch dicht gemacht. Das geht ja nicht. Fangen wir mal von da an. Ah, das ist... Ah, es ist... ein Graus. Ein Graus, sag ich euch. So. Das muss doch ein Move gehen, mit dem man beide kriegen kann. Ja, zum Beispiel so. So. Ne, dann laufen die wieder aufeinander zu. Ähm... Boah. Mal hier versuchen. Das ist schon Quatsch. Noch mehr Quatsch. Also erstmal weg, so gesagt, vom Ziel. Macht auch keinen Sinn. Weg vom Ziel. Mach ich hier an. Geht nicht. Hm. Ne. Kann ich Farbe wechseln? Ah, mit Schultertasten kann man nur wechseln. hier die verschiedenen Rätsel. Boah. Das wird sowieso nicht feierlich hier. Was kann noch? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Alter. Ja, viel Spaß, ey. Das will ich nicht schaffen, glaube ich. Und ich sag nur, ja, kann ich sowas, ne? Kann ich. Das ist die Problem, das ist die Problem, genau. Nein, oben ist jetzt auch ein Problem durch den gelben. Oh Gott. Oh Gott. Das geht auch nicht. Wenn wenigstens die richtige Farbe auf der richtigen Seite hier auch wäre, dass man weiß, wo man startet. Dann kann ich den einen wieder höher setzen. Warte mal, dann muss ich hier. Das geht auch nicht. Das funktioniert hier nicht. Unmöglich. Ich sag's euch. Egal, wenn jemand von euch schon die Lösung hat. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Keine Chance. Ich sag doch, keine Chance. Was ist das? Ich sag das jetzt mal nicht. Okay, ich sag das nicht. Ich sag das jetzt mal nicht. so okay müssen wir so weit in die Richtung eigentlich starten auch nicht weil das wäre ja da muss der vorher einen abbiegen selbst das wird nichts durch den gelben, der hier nach oben ist ist das nicht das gleiche im grün also blau wird definitiv auf dieser Seite sein die mache ich zum Schluss aber das heißt wir müssen eigentlich direkt, direkt runter sonst haben wir gar nicht genug Platz ich gehe weiter, muss ich anders machen woher da oh Leute das ging was, ist das ernst gemeint oder wird das leichter hä was was mich beide ansammeln hä hilft mir was ist die Lösung was zur Hölle oh Gott das ist alter ich hab's verstanden also das ist fies alter es ist fies der wird einfach der gelbe ist da aber wird nicht angezeigt es ist doch lächerlich kann doch nicht machen da würden sie aufeinandertreffen hier nee gar nicht mal würden sie gar nicht hä warte mal ah der ist ein weiter aber trotzdem so würde es gehen ja also okay wird wird den ansprüchen gerecht die stevenforum standen den nutzerreviews das ist doch schwierig sein könnte also mal überlegen okay da bin ich da bin ich wir gehen erst komplett so so gut hat auch war auch schwierig genug muss nicht nochmal sein sowas nicht in der Form äh aha ach so ach ja oha obwohl ich dachte das wäre super schwer so was 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 Oh nein, das ist der Spiegel. Was? Ich habe nur eine Vermutung. Dass du jetzt so gesagt selber ein Spiegelzeichen ist. Okay. Komplett hoch, ein zur Seite, runter. So? Nein. Komplett. Okay, noch ein S oben, so gesagt, zeichnen. Es tut mir das Spiel an. Okay, funktioniert nicht. So geht das. Okay, oben und ein großes. Okay, das sieht schon mal nicht richtig aus. Mal gucken. Mal gucken. Oh nein, es muss das noch mal machen. nur was. Jetzt muss ich komplett spielen. Ich geh nach unten dann, ne? Unten. Reicht das nicht? Ich guck mal, oder sind wir erst nach oben? Oh, der ist nach oben, wir sind nach unten. Genau. Hä? Äh, wir werden mal angucken. Der ist nach oben, wir gehen nach unten. Es muss so sein. Mach ich grad einen Fehler. Ich weiß es nicht.